Servus meine Lieben und herzlich Willkommen zu unserer Daily Dosis Ark mit Moucher und mit unserem Alterle. Der Uralterle hat gestern hier einen Screenshot gemacht für den Clip von gestern. Und als ich so zurückgelaufen bin, habe ich gesehen, dass da hinten der Lootrop nachgespawnt ist. Da wollen wir natürlich schon reingucken. Hoffentlich sind die Tiere nicht so schnell im Nachspawnen wie der Lootrop. Ich bin so gespannt, ob wir denselben Weg wieder zurück müssen. Ähm, jo, das haben wir auch nicht gebraucht. Weißt du was? Weißt du was? Bevor ich wieder den ganzen Mist hier sammle. Aber es ist interessant, dass der hinter uns spawnt. Da müssen wir ja fast direkt nochmal mit der Maus rein. Jetzt gehen wir erstmal den Wasserfall runter, würde ich sagen. Ich bin natürlich tierisch aufgeregt, was jetzt hier alles heute noch passiert. Da haben wir ja clear gemacht. Jetzt die Frage, ob das hier so gut ist, was ich mache. Den Dunk Beetle lasse ich mal Dunk Beetle sein. Wenn wir da wieder raus müssen, wird es eventuell spaßig, ne? Meiner Meinung nach ist da unten Wasser. Aber Wie war denn das? Du kannst dich doch hier festhalten, ne? Kannst du da noch rückwärts da runter? Geh nicht so einfach, wie ich mir vorstelle. Wenn nicht, muss ich diesen komischen Up-Mount-Trick da machen, ne? Den ich nicht kann. Ah ne, das funktioniert aber mit der Katze. Es ist halt schon ziemlich cool, dass es so einen Abstieg hier gibt, oder? Die nimmst du, die hast du verdient. Hast du? Gut. Okay, hier ist ein Stück Ruine. Was halt jetzt natürlich interessant ist, ob es noch mehrere Stellen innerhalb der Höhle gibt, wo man aufbrechen muss, ne? Nicht den Revolver, Digga. Das war die Idee. Wir wollen ja schon gucken. Wie ich jetzt halt gedacht habe, dass der Rucksack dabei hat. Welches Spiel war das? Skelette mit Rucksack. Mist-Survival, ne? Okay, Wasser. Irgendwas im Wasser leuchtet. Piranha. Piranha. Oh, nix. Äh, so schnell? Sind wir jetzt echt so schnell an dem Ding? Ich dachte, das gibt hier voll die Riesenrunde, Leute. Da unten ist aber auch noch was Größeres. Jo, dann ist das gar nicht so eine krasse Höhle, wie ich gedacht habe. Dann gehen wir noch in die andere, oder? Weil ich bin echt noch nicht ganz am Ende von meiner Höhle. Okay. Jetzt musst du erst mal hier wegswitchen, weil der Typ hatte ich bestimmt gesehen. Huh. Jo. Nee, und er hat mich runtergecrappt. Ich mach das Schild hin. Oh, oh. Piranha. Das war's schon. Ich komm hier nicht hoch, oder? Oh, oh, Leute. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Doch, ich bin hier. Komm hier, komm hier, die Galle. Komm. Okay, irgendwas habe ich schaden gemacht, aber ich glaube, das ist nicht so geil. So, dann können wir üben jetzt. Weißt du was? Üben, 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 sage ich immer. Üben, üben. Der Man. Der Töter. Ja. Wo sind die? Da hinten kommt was. Attacke. Attacke. Geh mal deiner Katze hinterher. Ich, okay, okay. Ich dachte, okay, das ist aber eine Easy-Höhle. Aber klar, du musst erst mal hier klarkommen. Katze, bist du bei mir? Okay, aber das Krokodil haben wir doch noch nicht erledigt, oder? Schauen wir mal, ob ich hier rauskomme. Bis jetzt ist es... Ja, wir haben es erledigt. Da kommen auch schon die nächsten Piranhas. Für unseren Move erst mal kein Problem. Ich glaube, wir machen alles clear. Es wird das Beste sein hier, Leute. Gibt ja auch Punkte. Wobei ich glaube, der Fisch-Multiplikator nicht der höchste war, ne? 0,8. Ja, aber trotzdem bei einem 300er. Ich muss erst mal gucken, wie ich die Viecher jetzt gleich hier rauskriege. Aber dein Move? Jawohl. Gute Tiere haben wir. Die nimmst du. Die nimmst du. Nimmst du mit rechts. Jawohl. Oh. Wer schwimmt denn da über den Stein? Ne, bleib oben. Ich komm. Ah, Digga, du hast es fast geschafft. Komm nochmal zurück. Das ist die Frage. Wie komme ich denn da hin? Außer mit der Maus. Ich hole ihn mal raus. Ich muss gucken, wie viel Leben der hat. Alterle. Okay. Weiß ich schon Bescheid. Jetzt sind wir unten. Ja, ähm. Mit dem Tüller komme ich da schon hin, oder? Ich würde ja... Ich muss ja auch gleich nochmal einen Tower... Jetzt wollen wir probieren mal was. Okay, das ist ein guter Versuch. Danke. Digga, aber das funktioniert so nicht. Es kann natürlich sein, dass das hier so bedacht war. Du musst ja mit der Maus dann, oder? Ich muss das gleich mal abtauchen mit dem Barry. Die Idee war jetzt, dass ich vielleicht hier mit der Katze hochkomme, weißt du? Alter, unten leuchtet alles. Ich bin sie noch nicht so gewohnt, aber sie kann sowas, ne? Ey Leute, ich dachte, das wäre halt voll die mega fette Riesenhöhle. Doch, da hinten geht es dann weiter. Am Ende ist es jetzt doch so eine, wie ihr gesagt habt, dass man teilweise zwei Artefakte in einer Höhle findet. Ne, da fliege ich halt jetzt mit der Maus rüber. Also, ich kann aber natürlich Folgendes probieren. Deswegen haben viele den Tüller halt genannt, ne? Er ist halt schon Gott gegeben, wie der hier abgeht. Aber da kommst du nicht hin, das schaffst du nicht. Das ist einfach zu weit. Also hier der normalen Grapplinghook oder diese Steigbügel zum Beispiel. Dann kann man da zu Fuß hoch. oder man weiß, was man mit der Katze anfängt. Das würde gehen, gell? Wollen wir es probieren? Gebt er mir noch eine... Komm, ihr gebt mir eine Runde, probiere alles. Ich würde jetzt auch mal gerne hier kurz gucken. Oh, Alter, da geht es aber auch sau tief runter. Ob ich da mit dem Barry und mit der Taucherausrüstung gleich mal runtergehe? Pass auf, ich will einen Versuch hier noch machen, ja? Also ein ordentlicher Trial. Das kann natürlich dann auch immer bedeuten... Scheiße. Ja, die kann nur an Kerzen geraden stellen, ne? Was ich noch nicht ganz raus habe, wie lasse ich ihn wieder los? Mit Space? Doppelspace? Oder einfach so mit der Maus wegklicken, okay? Ich hätte vielleicht vorher mit dem Tee auch ein bisschen was machen sollen, ne? Aber jetzt übe ich halt in der Höhle. Während dem Einsatz. Guck mal, jetzt zum Beispiel komme ich gar nicht mehr so hoch, wie ich wollte. Gibt es da nochmal einen Trick, wie man... Weißt du, hier, das schafft sie eigentlich ganz gut, die geraden Stellen. Bis so ein Vorsprung kommt, dann ist es vorbei. Ah, okay, man kann dann so rüber und dann ist man wieder da. So ein letzter Versuch, ja? Gerade mal ganz kurz... Aber ey, guck mal, die Tiere halten schon ziemlich gut durch. Aber, ähm... Ist nicht ganz ohne, ne? Ich würde sagen, ich gebe nochmal Leben, Ausdauer, Damage. Ja, ich mache sie höher. Mit 10 komme ich mir ein bisschen zu wenig vor. Schön, dass hier nicht ganz so viel jetzt noch los ist. Dass wir da auch ein bisschen rumtrainieren können. Probier mal... Von ganz oben. Vorstellen. Guck mal, was der kann. Ist halt die Frage, geht es da unten weiter oder oben? Aber hier kannst du nicht rüberauf und bleibst an der Decke hängen. Weißt du, meine Idee wäre, dass ich von da hinten auf die Gerade hier komme. Er hat es ja gerade eben schon mal auf was geschafft. Auf, komm. Gibt es Stoff? Ne. Ich fliege mit der Maus kurz rüber. Ich glaube, hier könnte ich es schaffen. Ja, ja. Hör hoch. Ich bin gespannt, ob die jetzt da oben noch weitergeht in diesem düsteren Viertel. Guck mal, da ist ein Piranha dabei. Der macht dann doch schon ziemlich Damage. Auf einem gewissen Lippe, ne? Hier, hier, jetzt, da. Ja, 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 ja. Oh. Oh, nein. Haha, ich habe es geschafft. Freue ich mich jetzt gerade ein bisschen. Okay. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Artefakt des Jägers haben wir. Sehr, sehr krass. Und wir konnten es nirgendwo reinmachen, außer in Otter, ne? Ja. Das heißt, wenn jetzt hier noch ein Artefakt ist, muss ich es dann später mit der Maus holen. So, Leute. Jetzt pass auf. Jetzt machen wir mal Folgendes. Wir haben ja gesagt, wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen. Das heißt für mich. Ich gehe kurz mit dem Barry auf Tauchstation einmal. So, erstmal die Tiere abhitschen. Ich habe sie auf neutral. Den habe ich nicht auf neutral. Wieso habe ich den nicht auf neutral gesetzt gehabt? Verhalten. Angreifen. Neutral. Ist irgendwas, was ich jetzt hier lassen würde? Das würde ich jetzt hier lassen. Dann gucke ich mal kurz in den Barry. Der hat auch Fischen alles. Hier mache ich jetzt Leben. Ich habe das Gefühl, den verliere ich sonst zu früh. So, Leute. Gehen wir einmal ganz kurz runter, ja? Kann natürlich auch sein, wenn uns zu kalt wird. Ne, geht. Du wartest kurz hier. Papa, guck schon was. Ich weiß nicht. Oh, okay. Das haben wir mal fast gedacht. Guckt ihr das an. Rot auch noch, Leute. Möglicherweise sind da sogar noch mehr unten. Könnte unser Racksattel halt drin sein, ne? Aber ich bin gerade ein bisschen von der Steuerung. Ich gucke rein, ja. Bleibt der dann bei mir, wenn ich jetzt absitze? Ja. Quetzalsattel. Ohne Tauchermaske. Ne gescheite. Okay, hier. Wer weiß denn, wie viele hier drin sind? Weiß einer von euch, wie viele Loot-Crates es hier auf dem Grund gibt praktisch? Im Moment habe ich eins gefunden. Einen habe ich gefunden. Das ist halt schon geil, oder? Der Move ist super, weil der trifft halt mehr als nur einen Gegner. Hier ist noch ein roter. Vielleicht sind die auch hier aufgebaut, alle. Wir gucken rein. Duetikus Paraseer Sattel. Die Chancen sind auf jeden Fall da in so einer Höhle, ne? Ist gut zu wissen. Gut, ich sehe jetzt spontan keinen mehr. Ich würde jetzt auch oben weitergehen. Gerne einen Hinweis, ob da noch irgendwie ein zweiter, dritter, ein dritter, vierter Spot wäre. Lasse ich mich gerne aufklären, dass wenn ich das nächste Mal hier unten bin. Nimmst du die? Wasse? Ja, und überall an jeder Stelle. Ich schwimm's mal noch hier ab kurz. Das ist schon eine ziemlich umfangreiche Geschichte hier unten, gell? Ey, aber es macht super Laune. Es macht super, super Laune. Weil es halt auch komplett neu ist, weißt du? Okay, ich nehme jetzt einfach mal an. Wir haben jetzt hier unten die zwei Crates gefunden. Das wird's gewesen sein. Jetzt geht's weiter mit uns. Ich würde ein Tüller jetzt... Also, du musst schon hier. Vielleicht gerade. Probier mal gerade. Mann, ich muss kurz gucken, wie ich hier rauskomme. Hier ist, glaube ich, besser sogar. Hast du recht. Stopp. Ja. Ja, du machst das fein. Du bist ein richtiger Feinerler halt auch. Super, super Geschichte. Und Level gibt's natürlich auch, dass wir hier viel zu töten haben. Ich würde sagen, ein Stack Fisch nehme ich mit. Rest schmeiß mal raus. Der kriegt Leben. Ein bisschen Force Feeden kann man ja schon mal. Schön. Hey, wenn ich dann in der super kleinen Höhle morgen auch noch unterwegs bin, ist mir das eigentlich egal, weil das macht gerade richtig Laune. So, ein bisschen Force Feeden haben wir. Mittlerweile ist er auf 7.000 Leben. Das ist okay. Das hauen wir raus. Wir nehmen den Ball. Und du kommst erst mal wieder mit. So. Ich bin auch ganz happy, dass wir es jetzt noch probiert haben, mit dem Tüller da hochzukommen, weil, ähm, ist irgendwie cooler halt, als wenn man jetzt dann alles abfliegt. Weißt du, das kann man beim zweiten Durchlauf machen. So, wir sparen uns ein bisschen die Taucherrüstung. Wie sieht es bei dir aus? Boah, da bin ich jetzt erschrocken. Kam die gerade mal kurz vorbei, oder? So, du kriegst das Damage. Machen wir hier auch ein bisschen den Force Feeder. Force Feeding. Machen wir bis 10.000. Den Rest kann er dann, by the way, mitmachen. Tüller ist auf jeden Fall eine gute Wahl gewesen. Baryonyx war eine gute Wahl. Kam aus den Kommis damals. Habe ich ja eine Frage in die Runde gemacht. Was würdet ihr nehmen? Kamen auch ganz andere Tiere, wo ich jetzt gerade merke, okay, mit denen wäre es wahrscheinlich genauso cool abgegangen. Aber, ich glaube, ich bin mit unserer Auswahl recht zufrieden. So, jetzt kommt wieder... Wo ich... Kann man eigentlich... Probier mal hier. Nee, nee, probier mal hier so hoch. Ich will mal gucken, ob ich von da nicht einfach dann rüber springen kann. So, und dann musst du hier ab und zu wieder ein bisschen zurück. Man kann ja ausgleichen. Und dann würde ich einfach beherzt. Jo, perfekt. So, ich mache uns mal die Fackel an, dass wir ein bisschen was sehen, weil jetzt wird es gleich düster. Schöne, schöne, schöner Einstieg. Ich bin tierisch begeistert. Okay, wie hast du denn das... Hast du doch vorhin schon mal geschafft. Ah, Schilly. Oh, beim... Beim sanften Klettern, wie wir gerade gesehen haben, ist es nicht ganz so einfach. Krass, herrisch. Wenn natürlich das Modus kommt, wird es wild, ne? Weil die holen mich ja runter vom Tier. So. Ähm. Ach so. Okay, sobald ich die Fackel raushol, hat er aus Schild. Dann bleibe ich mal in der Third Person. Wir müssen halt ein bisschen drauf achten. Oh, jetzt wird es richtig düster hier. Weißt du, ob da oben das Modus hängen oder so. Und gerne auch den Hinweis, das hat mir letztendlich jemand reingeschrieben, aber das vergesse ich natürlich so schnell, weil so viele Infos, wie ich den ganzen Tag kriege. Ähm, wir haben jetzt zwei Artefakte. Für welche Bosse sind denn die? Das letzte Artefakt aus der Höhle? War das für die Spinne? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt haben wir zwei Artefakte. Sind denn beide für Bosse? Oder gibt es auch Artefakte, die keinen Boss freischalten? Ansonsten würde uns ja nur noch eins fehlen jetzt, ne? Okay, wenn die Dinger runterbrechen, hast du auch die Kappe auf. Scheiße, ich bin betäubt. Alter, ein 260er Pullover hat mich weggeballert. Wow! Da müssen wir einen Juti rausholen. Ich glaube, da bin ich sicher von denen. Schild konnte ich nicht hochheben, weil ich ja betäubt war. Heiltrank wollte ich noch kurz draufdrücken und da war ich aber schon tot. Okay. Das heißt, ich spawn jetzt daheim. Ich habe einen Falke dabei gehabt. Jetzt bin ich mal gespannt. Das erste Mal, dass ich einen Falke dabei hatte bei sowas. Da ist er. Der müsste jetzt theoretisch alles haben, ne? Außer meinen Kätzle. Hast du mir... Digger, die haben damals zu mir gesagt, hier die Agler. Mein Täschle. Da steht's. Da steht's. Oh, wie gut ist das denn mit dem Falke? Okay, also pass auf. Pass auf. Du bist ja, du bist ja gottgegeben, Stückle. Dich nehme ich jetzt nur noch mit. Pass auf, pass auf, pass auf. Ich mache jetzt erstmal hier alles raus. Was dieses Zeichen... Jetzt müssen wir auch... Jetzt müssen wir kurz reinfliegen mit der Maus. Ich nehme an, der Tüller hat den schon längst totgebissen. Und dann hole ich einen Juti. Welcher war ein Miner, der da, gell? Dann bringt mir das Schild aber herzlich wenig. So, pass auf. Wir machen es ganz kurz so. Hier schmeiße ich alles rein, was wir jetzt holen. Beziehungsweise anders. Ankommenkiste. Für Höhlenrunde. Ja, den machen wir hier hin. Beim Äschle vom Frosch müssen wir uns mägen. Also zumindestens mal zum Beispiel die Sättel. Die Maske. Muss ich nachher auch mal die Werte durchgucken. Hier ist zum Beispiel... Das war auch noch von dem Ding, von dem Run. Das hier auch. Dann haben wir unsere Pelz-Klamotten. Wir gehen natürlich gleich wieder zurück, bringen uns in Stellung. Das Gute ist, jetzt kann ich das Ding ausräumen, ne? Das eine. Nebenhandgegenstande. Und die Beine fehlen noch. Die sind hier. Das nehmen wir alles wieder mit. Hier sind meine Tiere. Der kann auch noch weg. Das lassen wir jetzt auch mal hier. Halt, ich muss nochmal in die Giste reingucken. Boom. Taucherzeug nehme ich nochmal mit. Das bleibt hier. Boom. Die Dinger nehme ich auf jeden Fall mit. Fisch auch. Ne, so gehen wir jetzt wieder. Das bleibt noch hier. Also, pass auf, meine Freunde. Dass wir da heute noch ein Stückchen weiter reinkommen. Ich habe ja erst angefangen gefühlt. Einmal die Maus der Wahl. So. Und. Ne, ne, ist schon die neue, ne? Dann mache ich gleich mal den Juti hier drauf. Puh, no, wie hast du die Säcke, weißt du? So. Auf geht's. Ich fliege zurück. Ja, wir müssen. Also, irgendwo zwischen Mittelfinger und Zeigefinger. Ich mache da einen kleinen Schnitt. Am Eingang der Höhle hole ich euch. Weil wir müssen jetzt gemeinsam den Weg finden. Der Plan ist jetzt reinfliegen. Und erst mal gucken, wie der Tüller den noch kurz weg macht. Weil wir sind bestimmt. Obwohl, jetzt könnte man schon fast in Ränderdistanz sein, ne? Und bis dahin ist auch der Timer vom Ding abgelaufen. So. Einmal kurz die Maus regenerieren lassen. Äh, es wird dunkel. Aber ist egal, wir sind eh in einer Höhle. Ey, das mit dem Falke ist ja wirklich eine coole Geschichte, ne? Überleg mal, was wir uns da jetzt an Action gespart haben. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich die Maus, dass ich nicht wieder da rausfall gleich. Äh, pass mal auf. Wir sind ja nicht übers Wasser, oder? Ich glaube, hier war dann direkt das Ding, wo wir reingeflogen sind. Das hier. Naja, ist egal. Es sei denn, es würde was nachspawnen. Kommst du? Mäuse? Komm mal hier unten durch. Ich nehme schon mal eine Waffe in die Hand. Ja, du bist ja, du bist ja, also, äh, sch- Was? Hehe. Ich überlege gerade, ob das Sinn macht, dass ich sie komplett... Jetzt, ich bin wieder drauf. Alles gut. Ist halt super eng hier, ne? Jetzt bin ich gespannt, ob du da durchpasst. Der Ding hat nicht durchgepasst. Ja, du bist die Maus! Guck mal, der ist auch wieder da. Schau ich natürlich rein. Schau ich natürlich rein. Die respawnen aber auch super schnell, oder? Was habe ich denn hier liegen lassen? Ah ja, das haben wir letztens schon. So, jetzt müssen wir den Wasserfall noch runter. Hier, guck mal, 109er. Aber ich glaube, da haben wir sogar eine bessere. Trotzdem, es ist natürlich eine Belohnung. Ich hoffe, ich entwässere hier nicht. Ey, warte mal, geschwind, Maus. Für alle Fälle, wo habe denn ich meine Fallschirme? Hier. Nur für den Fall, dass wir jetzt gleich Scheiße bauen hier, weil das... Nicht so nah am Wasser, bitte. Ja, du bist die Maus, du bist die Maus! Pulovia. Alte. Alte Drecksack. So, jetzt bin ich mal gespannt. Hier ist mal unser Tier. Ich glaube, da hinten ist er, ne? Hat der Juti kein Sattel an? Das hier, meine ich, ist er. Das hier, meine ich, ist er. Jetzt pass auf. Ich weiß nicht, ob der nicht nochmal kommt. Ich weiß nicht, ob der nicht noch Kumpels hat. Ja, nimm sie mit. Ja, nimm sie mit. So, Maus ist wieder verräumt. Katzi. Dann war das jetzt gar kein Polovia-Haufen, wo ich da gesehen habe. Ey, Alter, mit denen habe ich mir überhaupt nicht gerechnet. Und warum blinkt das hier noch? Warte mal, ich zeige euch, was ich gemeint habe. Jetzt ist es weg. Kann aber sein, dass ich draufstehe. Ich kann, von denen habe ich ja noch mehr Panik wie vor allem anderen, weißt du? Ich muss natürlich hier reingucken. Ja, das kann, das ist ja nicht das Original. Das Original habe ich ja immer noch am Handgelenk, ne? Also, Katze ist erfolgen. Wir gehen mal weiter. Kann ich eigentlich ein Polovia vielleicht, wenn ich so brüll? Ja, mein Problemchen ist gerade, ich glaube, dass ich mit dem Juti hier nicht so durchkomme, wie ich gar nicht. General, Digga, willst du mal probieren? Das kann ja so nicht gewollt sein. Hä? Hier sieht es aus, als wäre es vorbei. Fackel aus. Du willst mir jetzt aber nicht sagen, dass ich wegen einem Polovia hier runterkam. Das Schlimme ist halt, wenn noch einer irgendwo ist, sterbe ich nochmal. Gut, die warst du mal kurz. Die muss mal kurz gucken. Da muss ja irgendwie weitergehen. Hey Leute, ist es dann da wirklich vorbei? Glaub ich ja nicht. Ob ich da auch was aufschlagen muss? Aber wo? Scheiße. Ich wollte einfach nur auf dem sicheren Tier stehen, aber es geht nicht. Aber ich muss da mit Sicherheit auch mal, den lasse ich mal noch da hinten stehen. Weißt du, wenn jetzt da gleich was rauskäme, wäre es auch schon wieder blöd, ne? Ich meine, wenn du da bei einer Spitzhacke hinkommst, ist es auch vorbei, ne? Einen Unendlichstein gibt es ja, glaube ich, nicht, oder? Ich habe es aufgeschlagen. Ey, ich sehe den Nordhimmel, Leute. Ich glaube, wir sind raus. Ey, ich glaube, wir sind raus. Ich glaube, wir schlagen uns gerade irgendwas auf. Wir sind raus. Dann haben bestimmt ganz viele, als sie über die Höhle geschrieben haben, die andere gemeint. Weil die hier viel kleiner ist. Die ist viel, viel kleiner. Aufregend war sie. Und Spaß gemacht hat es auch. Aber sie ist kleiner als das, was ich so gelesen habe in den Kommis. Ich nehme an, dass die andere, wo wir gestern umgedreht haben, dass das die Höhle wird, auf die wir dann bauen müssen. Ah ja. Ich habe das Gefühl, wir sind raus. Warte mal, geschwind. Ein Polovia und einmal gestorben, verstehst du? Das Green-Bard-Zimmer-Geschwind. Ich muss mal ganz kurz da hoch. Nicht, dass es da noch irgendwo weitergeht. Wichser, das weiß ich jetzt nicht. Ne, jetzt kommt dieses Ladeding raus aus der Höhle praktisch, ne? Die machen schon ordentlich Damage, wenn die so viele sind. Also, dann beenden wir diese Höhlenrunde hier an dieser Stelle. Weil ich einfach nicht weiß, ob es nochmal irgendwo reingeht oder ob wir wirklich durch sind. Aber ich glaube, wir sind durch, ne? Ein Artefakt haben wir geholt. So, und dann habe ich mittlerweile auch die Infos bekommen zur Sumpfhöhle. Das muss wohl tatsächlich so sein, dass das Gift war und wir da einen Schutz brauchen. Das heißt, die Gasmaske wäre nochmal ein Thema, bevor wir da tiefer reingehen. Und irgendjemand, meine ich, hat auch erwähnt, dass wir rein müssen in diese Sumpfhöhle, weil da auch ein Artefakt drin wäre. Das wäre dann das Letzte, oder? Artefakttechnisch. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es hier noch weitergeht. Da gerne ein Hinweis, falls man hier nochmal irgendwo aufschlagen kann, um wieder reinzukommen, an einer anderen Stelle oder so. Ansonsten haben wir das jetzt erledigt. Ist ja krass. Tja, Leute. Ich dachte tatsächlich, dass wir vielleicht morgen hier noch drin sind. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ob wir alles haben. Ich gucke gerade die ganze Zeit. Wie viel... Warte mal. Scheiße, ich sehe natürlich jetzt... Doch, ich bin nebendran raus. Wir sind nebendran raus. Also gut. Maus raus. Scream eingepackt. Wie viel Uhr haben wir? 2 Uhr 21. Ich überlege gerade, ob ich... Ich überlege gerade, ob ich kurz einen Schnitt mache noch. Wenn es hell ist, dass wir sehen, wo wir rausgekommen sind. Weißt du? Jo, das brauchen wir nicht. Das Zeug kann drin bleiben. Aber guck mal, hat auch wieder ein Level abgekriegt, der Gute. Also sie war kleiner, die Höhle, als ich gedacht habe. Viel kleiner. Ich hatte so kurzzeitig... Welche Höhle waren das? Die war so ellenlang. War es Extinction? War eine Riesenhöhle. Da sind wir damals mit ganz vielen Tieren auch rein. Und das war echt stellenweise richtig übel. Und so in der Größenordnung ging ich jetzt davon aus. Aber ist okay. Ist okay. Jetzt überlege ich natürlich, ob wir morgen... Die Leder nimmst du mal mit. Da brauche ich ein paar. Du kriegst jetzt hier einen Nahkampf. Ich will dich ja nicht nur. Das Wolle kannst du mal mitgeben. Die Krokodilhaut nehme ich mal mit. Fisch für daheim, für die Viecher. Dann nehme ich auch mit. Okay, mehr kann ich nicht. Kann sein, dass ich eh schon überladen bin. Jetzt gucken wir mal. Vielleicht ziehen wir morgen kurz die Decke drauf vom Gewächshaus. Gehen rüber in die Bossinsel. Und stellen unser Artefakt aus. Das neue, das wir jetzt bekommen haben. Und machen wir uns auf den Weg, irgendwie die Gasmaske zu bauen. Dass wir in diese andere Höhle rein können. Am Sumpf drüben. Dass wir das machen. So ganz grob der Fahrplan, ja. Sehr, sehr geil. Halt, das geht nicht. Jetzt pass auf. Das Schild lasse ich mal so. Nach dem G-Builder wieder hin. Und vielleicht machen wir den Alpha-Kanu vom anderen Höhleneingang morgen. Mit zwei, drei Rexen. Müssen wir mal gucken. Da sollte man auch langsam anfangen dann zu leveln und so. Ey, war eine tolle Runde. War eine tolle Runde. Wie gesagt, ich dachte, dass es ein bisschen mehr ist. Aber bin jetzt auch nicht sauer, dass es weniger ist. Jetzt machen wir einen kurzen Schnitt. Und dann hole ich euch zum Morgengrauen ab. Dass wir sehen, wo wir rausgekommen sind. Und das sieht mich jetzt einfach noch. Was ein schöner Himmel hier, oder? Was ein schöner Himmel. Ich bin gespannt, ob wir was entdecken. Halt am Felsen, ne? Ah, hier geht ein totaler Wasserfall runter. Guck mal, hier mitten im Nirgendwo sind wir jetzt hier rausgeklatscht. Und dann würde der Weg hier hochgehen. Komm, wir fliegen mal ab. Vielleicht sehe ich noch was. Ich glaube, ich bin überladen, gell, Maus? Was machen wir denn da? Den Stein mal rausschmeißen, geschwind. Und die Leder würde ich gerne mitnehmen. Das kannst du rausschmeißen. Das farme ich separat. Und das auch. Das macht ja der Anki mit uns. Gut, geschossen habe ich ein paar Mal. Ich glaube, ich sollte mir das Maschinengewehr bauen. Ich meine, das hatte mehr... Was ist denn das da oben? Ach, das leuchtet da durch. Da sind wir gestorben da drunten, ne? Ein Polovia nur. Ey, aber Polovia ist eine scheiß Geschichte. Ich hasse sie. Oder? Das muss jetzt praktisch durch. Dann sehen wir mal, wie das... Ah ja, das geht hier in den Felsen rein. Also ich frage mich halt, ob da, wenn ich dann dem Weg folgen würde, nicht irgendwo nochmal das Ding reingeht. Aber wir haben ja das Artefakt, ne? Also so gesehen haben wir unser Ziel schon erreicht. Aber da könnt ihr mich gerne, wenn ihr wollt, informieren drüber. Wenn wir jetzt hier irgendwelche geheimen Eingänge übersehen haben, die wichtig gewesen wären für weitere Lootjobs oder so. Da kommen wir gerne nochmal rein dann. Das wäre kein Problem. Weißt du, wo wir sind? Ich glaube, hier ist die Obsidi-Stelle. Kann das sein? Das heißt aber auch, dass da unten eigentlich unser... Ah ja, unser Zuhause ist gleich da unten. Krass! Sehr, sehr geil. Also, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Fragen in die Runde dieser Folge waren auf jeden Fall... Wir haben jetzt zwei Artefakte, sind beide für einen Boss. Fehlt uns da nur noch eins? Gibt es mehr Artefakte wie Bosse? Und wenn ja, uns fehlt noch eins, wäre dann das im Sumpf, wo ihr gesagt habt, ne? Und da würde mich aber schon interessieren, egal, jetzt unabhängig davon, da drüben die Höhle. Weil da bist du ja rein und da war ja gleich Wasser, ne? Alles klar. Schöne Geschichte. Sehr, sehr aufregend, vor allem, weil ich sowas ja noch nicht so oft gemacht habe. Immer wieder spannend. So, jetzt gucken wir mal kurz, wie weit die Megatherien sind. Weißt du, ich dachte tatsächlich, die sind dann locker fertig, bis wir zurück sind. Die sind aber noch Babys, ne? Naja, Babys nicht mehr. Hälfte haben sie schon. Der Rest unserer Spinnenarmee, wenn du so willst, ne? Au! Monsieur, sie sind fertig. Sehe ich das richtig? Der ist fertig. Wenn ich den jetzt pfeife, wird der wahrscheinlich hier nicht mehr rauskommen, einfach so. Naja, aber der Versuch war schon mal nicht schlecht, Digga. Der ist gut. Ich brauche einen Recksattel, gell? Wo geht es noch? Ich wollte dann auch noch kurz einmal angucken am Helm. Äh, ich muss einen Sattel holen, oder? Ich hole einen Schmidt mit dem Ball, komm. Äh, wo haben mich die anderen Bälle? Ey, Leute. Alter! Alter! Ich dachte gerade, ich habe meine Tiere irgendwo unterwegs weggeschmissen. Hast du gemägt? Ich gucke und denke, nee, oder? Wie habe ich denn das wieder geschafft? Junge, Junge. Ich selber veräppelt. Kann ich ganz gut. So. Komm, wir gucken den noch an. Warten wir halt ein bisschen länger, auch wenn wir jetzt nichts mehr Actionmäßiges haben. Ja, dann machen wir das so. Wir haben morgen hier einen Deckel drauf, dann ist das einmal fertig. Dann dürften wir wahrscheinlich morgen auch so weit sein, dass wir die Megaterien rüberbringen. Dann kann ich anfangen, die zu leveln, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Und Gasmaske. Und sobald wir die haben, wäre ich der Meinung, macht es für uns Sinn, wenn wir diese Sumfhöhle machen für das andere Artefakt. Und dann machen wir den nächsten Miniboss. Okay, es ist jetzt noch ein bisschen schattig. Wir werden den morgen erst richtig sehen, denke ich mal. Ist ja praktisch jetzt der Erste von der Armee, ne? Das ist der Erste von unserer Allegomios, das ist ein Tier. Warte mal, geschwind, vielleicht kann ich das irgendwie bewerkstelligen. Dass ich mal ganz kurz... Der kommt mir größer vor wie alle Rechse, die wir haben. Guck dir das schöne Tier an. Oder? Hammer. So. Und der hat ja jetzt... Der hat ja jetzt schon 10.000 Leben. Ohne, dass ich ihn geskilltet und 500% Angriffskraft. Die anderen sind ähnlich stark, ne? Normal könnte man jetzt mit dem wieder weiterbrüten und so, aber... Ja, du bist der Hübsche. Du bist der Erste, Rex. Wie der Erste Kämpfer. Wir sehen uns morgen wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dann.